Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von House Flipper. Ey, das DLC ist draußen. Schaut euch das an. Guck mal, es gibt ein Luxus-DLC. Also das Cyberpunk-DLC haben wir gemacht. Aber es gibt ein Luxus-DLC. Seit dem 14.10. Und ich hab's mir geholt und ich konnte halt nie warten. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten, aber ich konnte nicht warten. Ich wollte es unbedingt spielen. Ich wollte es einfach. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht abwarten. Und deshalb hab ich mir gedacht, ey, voll geil. Cool, ey. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch... Ach so, genau. Das war noch unser Haus. Das weiß ich noch. Das hab ich gemacht. Oh, voll schön. Stimmt, diese Tapete. Jetzt weiß ich. Ich erinnere mich wieder. Ein Ort, um zu teilen und so. Eine Küche. Ein Garten, den ich niemals so haben werde. Und natürlich die obligatorischen Fahrräder, weil wir ja so unglaublich sportlich sind. Szene und ich. Ähm. Was wir nie sind. Aber okay. Hatte ich, glaub ich, auch zwei Schlafzimmer. Also hier ging's ja auch immer raus, ne? Äh. Hier das Büro. Das Gaming-Zimmer. Stimmt, hier war die Dusche. Ich hatte zwei Duschen, ne? Damit man gemeinsam duschen konnte. Weil wir ja doch eher die Duscher sind, statt Baden. Stimmt. Von meiner Tochter, die ich nie haben werde. Oh, cool. Ich kann mir aber die Schränke aufmachen. Hatten wir nur ein Kind? Und hab ich gesagt, es wird ein Mädchen? Okay. Ah, jetzt hab ich mich verlaufen. Aber okay. Schatten wir schon. Ah, ja stimmt. Hier war mein Arbeitsbüro, weil ich gedacht hab, ich werde irgendwann mal so einen richtig geilen Job haben, wo ich ein Arbeitsbüro hab. Was ich nicht hab. So, Karte. Portfolio. E-Mail. Hab ich nicht. Warte, der Auftritt. Genau. Gibt es hier irgendwie neue Häuser? Jetzt muss ich gucken. Weshalb geht die Frau? Das haben sie jetzt. Cyberpunk. Ja, die haben wir alle gemacht, ne? Ich überlege grad, ist auch schon Utens Roshi Insel mit bei. Ja, das kann mir auch nicht mal aus. Das haben wir auch schon gemacht, das Schildkrötenhaus. Also wir haben alle Räumlichkeiten gemacht. Ich bin sehr gespannt. Äh. Okay. Schiff, oh hoi. Jimmy nutzte die Abwesenheit seines Vaters und organisierte eine Riesenparty auf der Familienjacht. Er und seine Freunde hatten eine tolle Zeit, was man auch an dem Chaos sehen kann, das sie hinterlassen haben. Nun braucht der Partylöwe eine fähige Reinigungskraft, bevor sein Vater zurück ist. Glücklicherweise geht seine Weltturnier noch eine Woche weiter. Vielleicht müssen wir uns ja dann noch so durchhackern. Einige Kunden in Moonrise Bay haben Moodboards vorbereitet, um zu zeigen, wie sie sich ihre Innenräume vorstellen. Die haben echt noch Sonderwünsche. Können sie nicht einfach sagen, so, hier ist das Haus und jetzt mach mal. Nein, ich bin Profi. Hallo, ich bin Profi. Es gibt ja auch jetzt das Spiel Suntenant. Mein Yacht. Technically, mein Vater's, but let's be honest, it's almost mine at this point. Last night, I invited some friends over. The party was epic. I'm quite popular, you see. We had a blast. At least the parts I remember. Wait a sec. I've got a message. Told you I'm... Oh no. My dad is coming back earlier. All this mess, he could not see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No, 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 my dad's records. They should be on the wall. You need to find them. They must be somewhere around here. Oh God, dad is gonna be so pissed. I don't want to get in trouble. I, I know you can save my skin. Please. I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me. Right? Muss eine krasse Party gewesen sein. Hallo Eleven! Hello! How are you? We play House Flipper the Luxus DLC. Ahoi! Oh, jetzt muss ich mich erst nochmal dran gewöhnen, so ein bisschen. Also, oh. Viel Dreckspatzen. Habe ich einen Zeitdruck? Ja, ich muss ja erstmal nur den Müll aufräumen. Ja, es muss ja eine starke Party gewesen sein. Oh, the crossfade. Habe ich mich auch mal einladen können. I'm fine, I'm fine. Da sind Blutspritzer. Kann die da reinstellen, als ob. Ja, man. Ich liebe Hausflipper. Hausflipper ist so, such a good game. Ich liebe es. Das wäre unmoralisch. Echt jetzt? Was nennt der unmoralisch? Der macht eine Party auf der Jagd von seinem Vater und dann... Ich muss mal gucken, wie ich mich eigentlich hinhocke. Wie ging denn das Hocken nochmal? Das ging's nicht. Wie komme ich denn hier raus? Achso. Hier. I love this game. I love the houses. Eigentlich die Verschmutzung. Ich muss mal ein bisschen schauen. Ich meine Sport. Ich weiß so schön. Ah, Sneaky. Sneaky? Halt, ich sei dran. Ich will, oder? Hier, okay, okay Hier wäre es hoch Oh Gott Hier geht es ja weiter Ey, was haben die denn hier für eine Party gefeiert? Aber dafür, dass der Boy reich ist muss ich ja wohl sagen bis das alles so billig kam Ich dachte, der hätte mit Champagner oder sowas gefeiert Eher auch so wie billig Whisky Hi Sam Ja, I guess Party is the same word for in English and German Come around Restaurieren? Ich kann restaurieren Wille den Bereich, den du machen möchtest Bei einer Restauration muss man zuerst die Oberfläche reinigen Jedes Material benötigt ein bestimmtes Werkzeug It must be cleaned on every side Dad can not notice any trace of those damages Or I'm a goner Alte Im Restaurant muss man die Richtung um die Kamera zu sehen Ah, okay Oh Mein Gott, das ist so gut I love it I love it Wait, what happened to the color? Ay, 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 ay Make it look You know Finished? Blu? Doch, Blu, ne? Ocean Deep I love it I love this Oh my god I love this Oh my god Cool Okay Okay What do you think? Ah, here on the side In the inside Then 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 Phew That was close Yeah Like new to me now And my eyesight is way better than my dad's Geschafft, drücke Enter, um den Restaurierungsmodus zu verlassen und das restaurierte Möbelstück an einem perfekten Ort zu platzieren Yeah Ein bisschen dunkel, aber ist egal Ach, bitte lass hier keiner mehr drin sein Das war eine wilde Party Oh, wild Die Drecksschweine Oh, das sieht keiner Oh, das ist okay Okay, das ist ein okayer Ruhm Das ist ein okayer Ruhm This is ready Party, people So 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 ist es besser Kaputter Spiegel Machen wir gleich This is ugly bathroom Also I don't I don't like this bathroom Too many wet So kann ich nicht kaufen Halt nicht Bam And the other side Oh Ein Fitnessraum Ein Fitnessraum Wirklich, die haben ja drinnen Einen Fitnessraum Als ob Ich hab Angst, dass ich irgendwas sehe, was ich nicht sehen will Das ist immer mehrvistelt Ich hab nur noch was ich um Die hat nicht mehr Ich hab noch einen Das ist schon mal Die hat nicht mehr Das ist schüttel お Das ist schon mal Das ist schon mal Okay, das ist schon mal Ich hab noch ein bisschen So, so ist gut. Ja, ein Tickenrinder. So, alles schön sauber. Das ist okay. Das ist okay. Ähm. Ah ja, hier. In der Kühlschrank. In black. In der Oven. Fertig? Pink. Okay. Yes, 100%. Ja. 100% ist mir. 2400. Na gut. Ich fotografiere das Apartment. Ja. 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 Ich heiße diese Musik. Neues Haus freigeschaltet. Erledige alle Jobs, um neue käufliche und renovierbare Häuser freizuschalten. Schaue auf deinem Laptop im Büro, um zu sehen, welche Häuser gekauft werden können. Okay, okay, Moment. This is my house. My pool. My gaming room. Ich habe keinen Rechner, sehe ich gerade. Ich habe keinen Rechner. Das elektronische Unterhaltung. Rechner, Rechner, Rechner. Hier. Gut, Gaming-PC. Solche Aufträge kommen nicht, Karte. Ein neues Kapitel. Moonrise Bay heißt Hiroshi und Yuna mit offenen Armen willkommen. Dieses junge Computertechniker-Pärchen, die beide in der Stadt arbeiten, suchen nach einem eigenen Zuhause. Ein paar Freunde in der Gegend haben sich entschieden, dem Paar durch unprofitable Druckerei zu verkaufen. Was? Ach, dem Paar ihre unprofitable Druckerei. Jetzt benötigen die beiden Neulinge noch etwas Unterstützung, damit sie einziehen können. Okay. Oh. Ja. Find ich auch. Ich bin gespannt, was es für neue Sachen gibt. Du kannst ungemachte Betten machen. Oh, ich mag die Fensterfront. Ein neues Kapitel, ein neues Kapitel. Ah, die Windows. Die Windows-Front. Hallo? Ich möchte hier raus. Ah, okay. Ich bin an der falschen Tür. Jetzt nicht mehr. Oh, mein Gott. This is, uh, very, very, uh, green. This is, uh, many, 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 many green. Holy. Wäck, 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 wäck. 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 Wäck. Wäck, 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 wäck. Wäck. Wäck, wäck. 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 die beiden posses akku muss warten ein very big house Alexis, kurz. Erst mal sauber machen. Oh, das Badezimmer ist ja schrecklich. Iba. Treppe ändern? Kann die Treppe ändern? Obwohl, ich mag den Boden auch nicht. Du musst dann kurz in die Verstöße setzen. In der Höhe der Gebrüche. Der ist auf der Höhe. Oh! Das ist okay. No, ich muss die Poster verkaufen. Warte. Game says sagt, ich muss was verkaufen. Warte. We're not that good at interior design, so we've left some choices up to you. But to show you what style we like, we prepared a mood board you should be inspired by. Look around to find out what you need to work on at any given point. Okay. Ich reiche die Wände in weiß. Erstmal Badezimmer. Das ist ja... Ekelhaft. Wandfliesen legen. Fliesen... Was war das so? Okay. Oh. Oh. Okay. Ja, komm. It's lagged. Oh mein Gott! Ich hoffe es! Haha! Ich hoffe es! Ja, das ist besser. Also das ist schon wesentlich besser hier. Also dieses beige mit dem weiß. Finde ich wesentlich besser. Ist heller. Friendlier? Kannst du sagen? Freundlicher? Yes, this is much better than green. The green makes this room smaller. Und kriegst du ja Angst. Hm. Hm. Doors. 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 New doors. Guck dir das an. Oh. Oh. Doors with window for toilet. Oh, was ist es? Es hat ähm Differenz Wissen? Nein Jetzt muss ich mal gucken Oh Nice Aufkommen Oh 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 Teppich I need the Teppich Unbelehr Ah Wo ist es? Oh mein Gott Knübel Nur Badezimmer Teppich Jetzt muss ich aber nochmal gucken Zubehör Behälter Hobby Stelle Objekte Ah Küchen Oh, I like this bottle Behälter Das ist Ich schalte Oh mein Gott Das ist voll gut Teppich 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 Leitern Und Gerüste Pools Oh mein Gott New Colors Neue Farben Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Neue Farben Und neue Fliesen Voll schön I'm very happy No Oh mein Gott Wo sind die Teppiche Anlässe Badezimmer Waschbecken Oh Öppis Wow So much New Items I like it I love it Fußboden Ah Hier This is so small A little bit Decoration I think Yeah That is a grave Okay Okay I don't like this Fußboden Fußboden Wir dachten an einen Innenraum mit einem Hauch von Industrie Aber trotzdem warm Und einladen Wir hätten Ihnen sehr gerne Ein großes Gemütliches Sofa Okay Stop Fußboden Ah Laminade I like it Ja ich weiß schon was ich tue Ihr könnt mir da auch mal vertrauen hier Ah hier noch Du du es Türen Wir brauchen Türen Das ist so cool Yes Yes. Nice. Welcome. Let's go. Das war's. Ja, okay, 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 okay. Hm. Gerüst. Weiter. I'm so big. Look. Ho, 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 ho. Windows. Oh, das ist so gut. I like this. Ah, Inspiration. Sofa, a big, big sofa. I like this kitchen. Oh my God. Oh, shit. Oh, fast. Oh, fast. Yeah. Sofa, a big sofa. Not good. Muss das denn sein? I don't like leder. Okay. 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 Das ist hier? Ach so. Uh! Oh! Blende, kann ich hier draufstellen? I don't like this so...unfacessful...but okay. So... 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 Uh... The kitchen! The kitchen! Das ist eine sehr strange Lamp. Okay. Wir haben hier wieder einen Eckschrank. Sehr gut. Risse, Arbeitsplätze, alles. Herd mit Abzugshaube. Risse, Herd mit Abzugshaube. Okay. Okay. Strange. Right. Very strange. Um. So, Arbeitsplätze, alles. A little bit dark. Oh. Es ist ein bisschen dunkel tatsächlich. Oh. Ah. Where male ich dann? A little bit better. A little bit. So. 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 Schreckdose? Nee. Verlatsch. Nee. Äh, nicht Schalter? Nicht Schalter. Ich kann doppelt... Ja. So. Okay, dann... Ist das hier drauf? Ist das hier drauf? Okay. Oh mein Gott. Ich muss noch den Flur putzen. Very strange. So. 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 Nicht in Gold. Was ist das denn? It's very dark. Es ist sehr dunkel. Es ist richtig dunkel. Wir pflanzen ihre Dekoration. Es ist sehr dunkel. Sweet. Karkus. So. Guck mal Licht an. This is Halloween. This is Halloween. Back. Hello. Okay. Aber gleich. So. 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 The Ocean. das ist aber cool gemacht muss ich sagen ich finde das sehr schön in richtig gefesselt gerade von dem spiel ich hoffe ihr merkt jetzt erst mal schön hier putzi putzi machen putzi putzi also das ist das bedroom second denn hier ist schlafzimmer hier ist ok ok shop fußboden auch ein mosaik fußboden ich habe baby die wollen hier echt mosaik krisen ok ok ach wer ist die hier und white more lights yes it's very dark isn't it also es ist lampen lampen lichter wau 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 w yes i like it it was sunshine very better very very better das ist doch schon wesentlich besser hier ja auch noch Wir wollten erst, dass ich den Raum hier machen. Aufgaben. Soll ich den Raum hier machen? Oh, it's... Okay, dann... Vorhin. Es ist okay. Okay, okay. Ja klar, ist der da nicht reinpassen. Ich habe kein Spiegelbild. Ich bin ein Geist. Ich habe kein Spiegelbild. Zurück. Dekoration. Pflanzen. Das ist großartig. A little smoother. Okay, das ist so. Okay. so hmm that's here here hmm now here everything also jeder kann da beim kuscheln zugucken gruppen kuscheln für alle da freut sich doch jeder ist Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ah, der Büroschränk sitzt zweimal Dramatum 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 Let's turn on it. Ach, come on, hier. Komm schon. So, und jetzt noch die Lampen. So, das ist wuffi. Hm, Moment. Ura, Pagat. Okay, okay. Mein Budget wird bald aufgebraucht sein. Ja, das ist aber vollkommen in Ordnung. Oh no. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dekadent. Oh, this is... Okay. So, so ist es. Ich denke, so ist es besser. Badewanne. Direkt hier hin. Also mir wäre sie ja ein bisschen zu klein, die Badewanne, aber okay. Wenn sie das möchten, dann... Dann sollen sie es doch machen. Aber mir wäre das eindeutig zu klein. Ich muss es ja vielleicht auch mal aufdrehen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich würde es vielleicht auch verkehrt. Ich würde es vielleicht auch verkehrt. Hallo? Das ist ein WC. Es muss auch unbedingt ein hängendes Klo sein. Ein Kleide. Ach nee, nicht blau. Und schwarz. Und schwarz. Das ist sweet. Das ist very sweet. Sunshine. My shiwi. The plants. Was noch mal mehr? Pläntgen. Oh, mir geht es ganz gut. Dankeschön, Skinner. Wie geht es dir denn so? Will dein Portfolio speichern. Aber das hoffe ich doch. Es ist so schön. Es ist so schön. Es gibt so viele neue Sachen. Und neue Farben. Oh, ich kann es kaum erwarten, unsere eigenen Häuser zu machen. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Häuser zu machen. Ja, guck dir das noch mal an. Moment, Moment, Moment. Es gibt erstmal richtig krasse, guck dir das an, richtig krasse Tapeten neue. Ne? So. Dann neue Wandfliesen, die zwar super hässlich sind, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Ja, Zielleisten mache ich eh nie. Aber neue Farben, guck mal. Frische Karotte. Und helles Eosin. Auch wenn ich nicht weiß, was Eosin ist. Aber Bananenlachen. Äh, blutrotes Gewirr. Warme Pflaume. Cariot-Abgrund. Ne Hummel. Das Ananas-Glück. Honig-Momente. Die sind ja eigentlich auf diese Namen gekommen, ne? Wasser-Abgrund. Meerestiefen. Ein neuer Morgen. Oh, das wird so schön. Aber ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ähm, es tut mir leid, dass ich nicht so viel gewählt habe, aber ich bin grad so... Oh, ich bin grad so drinnen, ne? In dem Game. Und es gibt neue Knarren. Oh mein Gott. Die Survival ist eigentlich fast dasselbe gewesen. Es wird so schön. Und irgendwann kommt denn noch Hauswirperpets raus, ne? Ey, das wird so cool. Das wird richtig cool. Hoffe ich zumindest. Gibt es neue Kindersachen? Ne, da sind sie eigentlich fast dasselbe geblieben. Aber dennoch, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ja, so viele neue Betten haben sie nicht reingebracht. Aber man kann die Betten ja jetzt ja auch sauber machen. Äh. Du kannst die Betten jetzt machen. Und, äh, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.